hey und willkommen zu einer runde minecraft trijump es könnte sein dass ich heute eventuell mal noch schlecht ja es kann nicht sein es ist so dass ich heute eventuell mal noch schlechter ihm jumpen ran werden als sonst und das hat was zu heißen weil ich eventuell aber das problem an der sache ist ich muss eigentlich muss ich aufnehmen weil ich mir ja momentan weil ich ja momentan versuche pro tag ein video raus zu hauen und ich keine videos mehr habe ja deswegen muss ich jetzt eigentlich rein theoretisch aufnehmen wenn ich dieses wenn ich damit weitermachen will und obwohl ich müde bin nehme ich jetzt einfach was auf so ein gediegener verdammt so ein gediegener part trijump ist ja auch was ruhiges zumindest bis zu dem punkt an dem dann der pvp part beginnt und ja jetzt setzt sich hier und nimmt trijump auf ach man ok bei mir ist es immer eh man bei mir ist es so ab modul 7 war es das dann bei mir mit und einfach durchspringen und dann habe ich gewonnen und dann habe ich gewonnen oh gott ey ich laufe halt einfach runter warum nett oh nice ach dieses mist modul man oh man das kann man doch gar nicht so schaffen das man oh la geil ja das hat ja mal geklappt ok soo gehen wir mal hier rüber oh la nice Junge was ist gerade los mit mir was bin ich hier gerade für eine maschine für eine abartige masch ja ey vielleicht hätte ich mal auf die zäune gehen soll so viel zur abartigen maschine ey man so ach man so ich versuche es einfach ein bisschen alter Junge was ist gerade los mit mir okay nein 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 ach man nicht jetzt ich bin gerade beschäftigt naja aber egal 2600 Punkte naja damit kann ich was anfangen Rüstung 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 Schwert so jetzt verzaubern 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 scheiße ok ja Scharpens 3 Knockback 2 das finde ich eigentlich echt ziemlich gut weil ich mit Knockback bessere Kombos machen kann was machen was kaufe ich mir denn ich würde mal sagen extraherz ein geilen Goldapfel und Steak geil so jetzt habe ich einen klitzekleinen Herzvorteil und skip ok so jetzt habe ich mal dass ich nicht die PvP scheiße verkacke und hier sind wir in der Runde weil das ist das ist das ist so meine Art den einen Part kriege ich richtig gut hin und den und den anderen Part verkacke ich dann so das das ist mein Leben ey komm her komm her ok so wundervoll muss ich erstmal ein bisschen regenerieren das wäre toll ach man ey ich hätte schneller sein müssen mit dem Jump'n'Run Zeug hi na das Schwert will ich haben Baonese aua Alter jetzt juu nö aua ok das war dann mein letztes Leben eventuell mal den Goldapfel essen so wundervoll und jetzt sollte ich mal versuchen jemanden zu töten hallo ich hab keine Pfeile danke ey wo ist der juu nein 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 warum gehen die denn beide auf mich das ist keine Teamrunde eyy so ey wir machen einfach weiter mit Skywars weil einfach gerade bei Work Work Labs alles Server äh äh komplett Server total voll ist alter nice und deswegen gehen wir jetzt einfach mal hier hin ach du scheiße ich mach mir schnell einfach nur Eisenschwert damit ich mich verteidigen kann gegen Leute wie diese ach so der ist noch auf den einzelnen ey man meine Hand zittert schon so wieder ich hasse das und okay ich schne mal die Diors abbauen und hoffen dass keiner rüberkommt und nicht direkt umbringt während du das machst schön ein tolles Gefühl so was geil den Helm auch mal kurz verzaubern ja ja, Protection, machen wir drauf so geil wundervoll hallo so Kumbel, ich hab einen Kompass weißt du was oh, ich hab ja Enderpearls Alter, geil so Koweb ok ich bin bereit kommt sollen wir in die Mitte gehen nä äh da haben wir doch gar keine Action ok, ich will doch in die Mitte äh ey bitte, ich will in die Mitte zurück geh weg ok, aua ja das hat mir nie mal gerettet oh Gott ey ok, und da ist direkt der Nächste mit Equip das einfach mal 50,000 mal besser ist als meins oh oh ach ne, Alter da ist er scheiße äh äh da wird er direkt attackiert was zählt da ich denn so rum oh 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 Ich hätte in die Mitte gehen sollen, als ich die Chance dazu hatte. Alter Junge, komm! Jetzt! Geh mal auf die Map, ey! Nein! Ich baller die gesamte Insel mit TNT zu. Okay, ich hab noch was. Ich hab's aber auch provoziert. Ja, ich hab's provoziert. Oh wow. China. Mit ihrer großen Mauer. Ich glaub, der Trump ist in China-Fällen. Ich glaub, Trump mag die Chinesen. Alter, der eifert denen doch 100% nach. Mit der großen Mauer. Aber die in China und sich von den ganzen Leuten. Ich bin mir jetzt unsicher, welches war. Und deswegen sei jetzt mal nichts. Die sich schützen wollten. Und jetzt will der sich vor Mexiko schützen. Besser gesagt, der will ja nicht das Drogen wollen. Warum auch immer alle. Das verstehe ich gar nicht. Ich mein, ich nehm das geile Zeug auch und es schadet mir doch nicht. Oder? So. Warte, jetzt nerv mich nicht. Scheiß die Expression. Okay, ich glaub ich mach mir... Ja, ich mach mir... Ich mach mir ein Schwert und ne Spitz. So. 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 Ich wollte gerade eben kurzzeitig... Woll ich mich selbst schlagen. Weil ich gedacht hätte, ich hab Eisen. Aber das war letzte Runde. Scheiße alter Scheiße. Nein. Okay, ich bin ausgerüstet. Komm ruhig. Oder an die hier. Fuck. Ich muss mich doch komplett pranken, Junge. Hab ich nen Kompass? Ja, achso. Ich hab sogar einen. Der steht also da. Kuckuck. Hallo? Ach, da oben ist er ja. Der Freund. So. Ich warte hier jetzt. Und hab Spaß. Dabei. Zu warten. Okay, da oben steht er. Na? Jetzt runter mit dir, Junge. Alter ey. Die werden aber auch immer unverschämter. Diese, meine Kraftspieler. So. Oh, ich hol mir jetzt erstmal ein bisschen Equip. Hallo? Okay. Ich sollte eventuell auch meine, meine geile Hose verzaubern. Alter ey. Was hab ich denn für... Für Scheiß-Sachen noch im Inventar. Oh Gott, der Kuchen. Den kann man doch immer gebrauchen. Ich hab echt nicht wirklich viele Blöcke abgesehen an meinem Holz. So, ich sollte mich beeilen, weil eventuell jemand kommen könnte. So. Geil. Das halt ich mir aus. Immer... Immer sicher bauen. Man weiß nie, ob man auf die Kurme zurückgedeckt wird. Normalerweise. Momentan. Leider. Oh, nice. Ein Helm, alter. Den brauch ich. Aber das wird geil. So, okay. Da ist einer. Das sind drei Spieler. Wo ist denn der andere? Ich hab auch nicht so viel TNT... Ich hab auch nicht so viel TNT, dass es sich lohnen würde, irgendwas in die Luft zu sprengen. Jaja, sowas ist traurig. Ich hab nicht genug TNT, um Sachen in die Luft zu sprengen. Da ist er ja. Hallo. Ja, der in der Mitte hatte, wie es aussieht, nicht wirklich so viel Glück. Also von der Mitte würde ich mir schon immer so einen geilen Diaharmisch erhoffen. Ich weiß nicht, wieso ich hier gerade einfach drüber laufe, obwohl der Typ wahrscheinlich Eier hat. In seiner Hose... in der Tasche. So, wenn ich sterbe, dann hab ich halt Scheiße. Was zur Hölle mach ich hier? Hier, hier, hier. Safety first. Hui. Safety first. Okay, der ist also irgendwo da unten. Wollen wir das haben? Hallo. Ich bin der Nils. Wie geht es dir? Alles, alles, alles frisch. Der baut sich doch gleich hoch und schubst mich. Der ist irgendwo da unten, der Aslak. Na Kumbl, also ich werde dir jetzt ganz sicherlich nicht rüber laufen, damit du mich runter schubsen kannst. Wenn der Typ nix zum werfen hätte, dann würde ich ganz ehrlich einfach in die Mitte laufen. Rein... Rein aufs Prinzip. Ich weiß nicht warum. So. Und darauf lasse ich mich schon mal gar nicht erst da rein. Hui. Oh, wundervoll. So, dann setzen wir hier was hin. Dann esse ich was. Was Tolles. Okay. Erstmal da unten. Nein. Du bleibst da unten. Junge, ich spring da runter, wenn du jetzt nicht da bleibst. Ey, sag mal, ist das jetzt dein Ernst? Junge. Junge. Alter. Ey. Der lernt aber auch echt nicht, ne? Nein. Junge, das ist so unverständlich daran, dass du da bleiben sollst, ne? Ist das so schwer? Bleib da unten. Okay, das ist mir zu viel. Junge. Oh, scheiße. Oh, nein. Ehe. Scheiße. Scheiße. So, das kann ich auch, ne? Oh. Was tut der denn da gerade? Na, hallo. Na? Geht's dir gut? Komm mir nicht damit, du Nervensäge. Hey. Als ob. Oh, der Junge, der provoziert mich aber auch echt. Der Junge. Jetzt hör doch auf zu brennen, Mann. Schneller, Alter. Okay. Ich hab die ganze Zeit wieder die Musik vergessen kann. Sein. Ich blende die einfach danach nochmal ein. So, ich regel's erstmal voll. Oder vielleicht auch doch nicht. Geiser. Jetzt hab ich ihn, Junge. Jetzt, jetzt krieg ich den doch 100 pro, oder? Krieg ich den? Sieht nicht so aus. Komm schon. Oh, nice. GG. Ja. Ja. So. Aber liebe Leute, ich würd mal sagen. Das war's mit dieser Folge. Menecraft, Trijump und Skywars. Tschüss.